Heo Freunde Willkommen zurück zu einer gepflegten Runde Zelda ja im letzten Part sind wir immer noch verwirrend im Tempel stehen geblieben und ja ich hab mal eine kleine Idee was ich machen könnte und zwar darunter ganz ganz tief in den Tempel rein da ist hier die böse Milchmuschel aber ja guten Tag ja klar ja klar doch ein bisschen mehr hab jetzt ich sagte ich aber nicht mehr recht sitzen die Reise jetzt mit dem Döben hier echt bei mir verschissen klar geht nicht mehr die sagen alle die Videobeschreibung äh in der Spielebeschreibung Nimm den Stahlhammer ja was ist Scheiße was ist das für ein Arsch fängt schon wieder gut an ja eigentlich verdiente Strafe gehalten blöde Sau ja ist doch so ja wenn ich jetzt hier so auf aggro tun muss würde ich eigentlich nicht gerne machen ja aber wenn der so zu so ein Honk kommt halt ne denkt der voll auf Muskelbrotze das ist schon halt richtig richtig schön in die Fresse reinhauen n n n ich komme nicht mehr weiter Leute ich komme echt nicht weiter ich musste kurz in den Rute zuletzt war weil das Wasser ersenken um um dann besseren Überblick zu behalten und dann andere Räume erkunden n mann ich will aus dem verdammten Tempel raus das werden die meisten Parts von Zelda in dem ich im Tempel verbringe ja das ist so das ist einfach so kann man gar nichts dran ändern nene 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 das ist halt nur der blöde scheiß Tempel denn es ist so und ich ging nur vor dem Willen so da müssen wir irgendwie rein aber irgendwie ich muss das Wasser ablassen beim Fackeln vor der Dorf Fackeln vor der Dorf um die Füße unter Wasserrollen ist klar ne so ja hier war der Ruto die Futo die Motto unsere Ehefrau ist eigentlich Zelda aber da scheiß drauf jetzt ist es Ruto die olte Zippe da ist ein kleiner Schlüssel dran gell gell oder ist da noch was anderes b 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 m b b s b b s t u b was von mir sind so ist es hier nur der eine schreiste hat er echt ich zum Zielger hier zum walt Tigger so alles macht's kaputt oooooh, schöne Kombination wie schön die Fresse eieieieie gaga gaga und wir halten die Karte, geht doch ey, hoffentlich ist es die Karte oh doch, es ist eine große Tour ja, Karte haha, geil eigentlich habe ich die Karte die Labyrinth-Karte, drücke Start um sie, ja, okay, danke oh Gott der größte Freund eines wilders Gamer so oh mein Gott so, da kann man irgendwo nicht das Wasser sinken senkt das Wasser doch da ähh, oh ja du-de-du-de-de-du dum 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 auf einer Gitarre eine Zupf-Gitarre okay, alle Gitarren kann man zupfen ist sooooh was haben wir denn so, wir sind jetzt hier ab da waren wir schon also können wir in den Hauptraum zurück also hier link du-du-du-du-du-du-du-du-du so, was kann man jetzt hier erledigen, ne aha da ist das hier frei so, was haben wir denn hier jetzt so schönes nach rechts also nein, da oben ah, guck mal, da kann man auch was verschieben ah, guck mal, da ist das hier ab verschieben Oh der König Jaa, eng wieder Fortschritte im Tempel Haldalala, das war lange her Die Fortschritte Fortschritte, Fortschritte, Fortschritte Ich bin so happy, ich hab die gar nicht so happy Wie bei Happy Tree Friends Oh, Anderes Gebiet Anderes Gebiet Oh, Herrlisch Oh, Runden Wasser Läufer Oh, schieße ins Auge Oh, der war ins Auge Oh, gut Hey, O.S. okay, unten Oh, schon schießt sie ins Auge So, mach ich da Scheiße, egal So, jetzt müssen wir da rüber jumpen So, hopp Unlogisch, ich weiß, aber egal So Weiter geht Wo sind wir denn hier So wir müssen jetzt auf das Rohr da unten landen Also jetzt, ach so Da ist ein Rohr und da müssen wir drauf landen Also habt ihr euch keine Hilfe zu sagen so und das wird da rein schließen Ruh als schnell wechseln zu Stiefeln weg er kommt er hat sich um war ein sauer geschossen wenn nennen ich auf den glibberschleim abgut geschafft so schnell kann es gehen haa der guter strudelraum wenn ich ihn immer so gerne ich brauche ich wieder herzlichen herzlichen gegen mich herzlichen war da drüben ein kleiner schlödel auch ha die rausschwert ist so immer voll Sack, zack! Und jetzt haben wir einen kleinen Tissel und können woanders hier rein, wo andere nicht rein können! Äh... Stuhl of Death! Oh Gott, ich muss... Muss ich... Nein, oder? Nein! Nein, doch nicht, oder? Oh... Ich muss niesen, aber... Das will ich nicht, muss ich? Nein, muss ich nicht! Hallo! Haha, von den Arsch gestochen! Haha! Ah... Wupp! 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 Ach, so! Hop! Ähm... ... Aber keine Wasserstelle, die da höher! was für eine andere 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 etage gehen andere etage andere etage und heute kommt hoch ha ha herrlich lass mich nicht mehr hoch voll die netten hier voll die netten ja weiß ich ich kackt mir ein ab hierher das weiße stelle ich fest ich schuhe kann hat für lausenbogen datene so oder mit dem haare hau fort schritt Fortschritt und Fortschritt so fuhr es war in den komischen Raum gehen da und die nächste schlüssel zu suchen das auch noch eine halbe halte Arbeit wird denn ihr kennt mich ja her gut da dort wasserstand wird ist sie wichtig um als was in den Buster bei Städtia damit er ein paar Städte und Haupt und eine Krägerinnen das ist sicherer aber egal dass mich einfach so zu lassen mich jetzt zu essen Lass die Leute sülzen! Ich hab mir nichts besseres zu tun! Wo geht's weiter? Weiter! Spiel weiter! Da komm ich noch weiter! Brauch ich den Enderaken! Da ist... weiß ich auch nicht was da ist! Ein Weg der Faschisten! Ein Luki-Luki machen muss! Aha! Ein Strudel! Oder ne... Frontäne! Wow! Nein, Walsalläufer hab ich genau gesehen! Böser Mann, du! Ah! Da wach ich ihn! Eigentlich nicht, aber... drauf geschießen! Wenn ich ja schon mal her bin! Wenn ich ja schon mal her bin, also... Singen wir das Dildas Fiegel! Oh, spielen wir das Dildas Fiegel! Singen! Okay, komm ich wieder auf Singen! Ah, Mann, 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 ich jau! Ah, Glück gehabt! Es ist Glück gehabt! Es wäre verteilendet! Das ist Wervor... Ja. Oh mein Gott. Zügel deine Worte! Hbh Hbh alle alle auch sowas kommen jetzt weiter weiter würden hinter also nach nach da a schlüsseltür und wir haben ein Schlüssel also immer zwei mal zwei zusammen er hat immer zwei zusammen und das ist ja und weiter okay das wird jetzt ein bisschen ja wie soll ich sagen ein bisschen tricky so hoch zu plattform schießen sie geht halt so ja ist halt nicht so schwer aber auch gerade wie alt war und jetzt müsste es eigentlich gehen da hoch ne ja ja dann oh nein danke fürs zuschauen haut rein auf auf